Die Schneefrau hat Besuch. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Schneefrau hat Besuch. Jolie hat mit Mama und Papa eine Schneefrau gebaut. Eine, die lustig leucht. Mit Kastanienaugen, einer Tannenzapfennase und einem roten Apfelschalenmund. Siehst du ihn? Und mit langen Haaren aus Heu. Eine Brille aus Draht hat sie auch, damit sie besser sehen kann. Papa hat ihr einen Weidenkorb umgehängt und einen Strohhut auf die Heufrisur gedrückt. Zuletzt hat sie von Jolie Knöpfe aus Muschelschalen bekommen. Sieht sie nicht toll aus? Sagt Mama und macht gleich ein paar Fotos. Das Wichtigste ist, dass die Schneefrau so vor dem Fenster steht, dass Jolie sie im Zimmer gut sehen kann, wenn sie hinausschaut. Drinnen sieht es sehr weihnachtlich aus. Es ist warm und gemütlich und riecht nach Honigwachs und Bratapfel. Die Schneefrau steht in der Kälte und ist ganz allein. Noch einmal schlafen, dann kommt das Christkind, sagt Mama. Jolie schaut in den Garten hinaus. Arme Schneefrau. Sie lacht zwar, aber froh ist sie ganz bestimmt nicht. Jolie hat eine Idee. Die Schneefrau soll Futter für die Tiere in ihrem Korb haben. Nüsse, Rosinen, Äpfel und Karotten. Dann ist sie bestimmt nicht mehr so oft allein. Schau, sagt Mama am nächsten Morgen, wie viel Besuch sie schon bekommen hat. Frohe Weihnachten, liebe Schneefrau. Oh, freut sich Jolie. Die Geschichte ist aus dem Buch Nikolo, Keks und Weihnachtsstern. Danke an die Autorin Christine Rettl und an die Illustratorin Antje Bohnstedt. Danke an G&G Verlag. www.ggverlag.at In diesem Buch gibt es noch weitere Ideen, die dich vielleicht in der Adventszeit begleiten können, wenn du möchtest. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Eure Andrea Hammer Und dann, wenn du magst, hören wir uns bald wieder.